Ja, hallo, meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Prototype 2 hier auf meinem Kanal. Danke, dass ihr da eingestellt habt. Und weiter geht's. Tippen Sie zum Schlagen an. Ka-wumm. Äh, mit Ihrer Alarmzone ruht drücken Sie X zum Fortfahren, okay? Jawoll! Wenn Sie Menschen abzutieren, können Sie Form annehmen, X zum Fortsetzen. Ihre andere Form mit dem Formwandl ist, dann drücken Sie X zum Fortfahren. Hallo, das ist Ballista 34. Wir haben Visuals auf dem Infertil-Test-Sumjekt. Gehen Sie, um zu engagieren. Wenn Sie weg... Oh, shit. Oh. Oh. Da soll man lang, wahrscheinlich. Also wie bei Sassin Squid. Rennen Sie weg, um den Alarm zu hören. Ach, dieses... Ach, das zeigt Gegner an. Äh, alles klar. Ähm, ein bisschen... Ähm, ein bisschen... Ähm, ein bisschen... Gott, damn, das wird kommen in die Hand. Ihr Gewandelfarm ist sicher, wenn... Wenn kein Alarm uns... Sie drücken Sie X zum Fortfahren. Es ist unsicher, auf Form zurückzuwenden, sagen Sie andere Form, wo... Es drücken Sie X zum Fortfahren, okay? Ich sollte zu höheren Gründen, finden Sie, wo ich bin. Blackwatch-Commanders. Wir haben einen missenden Gen-Tech-Test-Sumjekt in der Region. Der Name ist Jane Teller. Der Spezialist ist black, bald, mid-thirties. Letzt gesehen in der Leatherjacket und ist extrem gefährlich. Wenn Sie das Problem haben, dann raus. Ja, du hast nur versucht, mich zu finden, Bitch. Ne, da, hoch müssen wir. Besser als Assassin's Creed, weil der einfach so die Wand hochläuft. Da steht auch einer. Will der springen, oder was? Warte mal. Ich weiß dieses Gleicht. Das ist meine Kirche. Ich wundere, ob Vater Guerra in. Sicher könnte ich jetzt ein bisschen spirituelles Geheimnis benutzen. Alter, ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Ich bin ein bisschen spirituelles Geheimnis benutzen. Ich bin nicht mehr, Vater. Du hast entendu Sachen, Baby. Ich bin für dich, weil ich's wundere Hilfe bin. Ja. Ich habe Sprach viele Dinge gehört. Die Situation. Die Infektion. Ich habe alle weg. Ich versuche. Ich habe alles geholfen. Aber dann gab es Blackwatch. Was haben sie gemacht? Wir haben die Gesundheit gelegt, sie in den Campen gelegt, sie haben die Krankheit gelegt... ... mit den Monstern... ... mit einem alten Freund und ich... ... wir versucht sie rauszukommen... ... aber sie haben uns gefangen... ... und... ... und du nicht mit Blackwater... ... ich bin glücklich, dass du falsch prüfen... ... ich beweise ihnen gerne das Gegenteil an... ... also bis jetzt gefällt es mir sehr gut... ... ich muss nach Gentech und Blackwatch schauen... ... wer ist in charge hier? Fine... ... ich weiß nicht die Namen... ... aber ich weiß, dass es zwei Kommandanten im Krankenhaus gibt... ... sie haben sie in eine Kommandante... ... James... ... bitte... ... keine Probleme... ... Vater... ... wenn Blackwatch das Virus gemacht hat... ... dann haben sie Maja und Colette... ... was würdest du tun... ... du sagst mir das... ... bleib vorsichtig... ... was ist denn das... ... ich sehe jetzt... ... was war das denn... ... was ist das... Was ist das? Nichts macht Sinn! Oh Mann, was ist mit mir jetzt passiert? Scheiße... Das ist der Typ, den ich schaue. Ich habe... Viral... Somit. Das Ziel ist immer im Zentrum des Rückenpols. Okay. Jagen aber sehen Sie jetzt, Sie töten Sie als Reihe zum Jagen. Und da ist es. Was ist das? Na... Wie geil. Geh zurück zu Ihren Posten! Das ist der alte Gentech-Gentech-Genech, der mir auf den Tests gemacht hat. Ich werde ihn später mit tun. Wipro 2, das ist Radler. Wipro 2, komm in! Wipro 2! James, hast du die Kommandanten gefunden? Ich habe einen gefunden. Der andere Mann ist weg. Ich weiß nicht, wo er sein würde. Keine Ahnung, ich habe etwas, das ihn aufhören kann. Das könnte besser funktionieren, wenn ich dich etwas weiter sehen könnte. Das könnte besser funktionieren, wenn ich dich etwas weiter sehen könnte. sei sie überhaupt von Infamous und vom Gameplay aus ein bisschen Batman-Style aber in ... äh ... äh ... äh ... Schwachle drücken Sie ... äh ... jagen Sie den Blackboard und drücken Sie Teil 3 zum jagen, natürlich! so, komm von rechts da ... in dem Auto Ich habe keine Ahnung warum das funktioniert ... aber sch***, es funktioniert so, wo es geht ... das ist die letzte Platz für Sie! okay ... ... ... ... ... ... ... ... Wir geben Sie sich zur Brücke. Hey. Kleiden Sie bei der Sprinten und springen Sie. Kleiden Sie mit. Hä? Ich kann fliegen und ich kann abstürzen. Auch das kriegen wir hin. Nein! Ach, wieso? Verdammt. Ich muss gerade mal ein bisschen... So springt er ja. Warte mal. Ja? Fuck! Fuck! Passt du geht's auch. Los geht's, Leute, lasst uns los. Oh, shit. Das ist der Fall. Huh? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Ja, jetzt geht's. Ich habe ihn durch einen Stuhl gegessen. Vielleicht ist er in seinem Mund, wie du bist. Show mir ein bisschen Respekt. Colonel Rooks. Das ist dieser Böcke, der versucht mich in dem Labor zu haben. Na, schauen wir mal, ob ich ihn finden kann. Ich glaube nicht. Ich habe noch keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Oh, scheiße. Mark Smith, das ist Katapult 2.4. Engagieren Hostile an der Brücke. Was? Wieso? Komm schon. Oh Gott. Was? Ich habe noch den Reformen wechselt. Wollt ihr mich verarschen? Hüpp, ich bin nur ein normaler Soldat, der hier nur lang läuft. Operation Flightwrap. Ich bin nur ein... Oh Gott, was ist denn hier passiert? Ich bin nur ein... Das ist eine kleine Wohnung. Du musst es wissen! Was ist denn das? Das ist irgendwas, das ich einsammeln muss da hinten. Oh Gott, ich bin auch nochgekommen. Ich bin nur ein... Ich bin nur ein... ...und ich bin nur ein... Was ist das? Auf jeden Fall muss ich sie zerstören Boah, Panzer! Panzer! Ernsthaft? Oh Gott, was habe ich jetzt eingestellt hier? Und da sind sie... Oh Gott! Oh, da kommt noch mehr! Oh Gott! Hallo, ich will den... Oh Mann, ich will den nicht! Wie kann ich die Waffe... Alter, was ist denn hier los? Oh... Oh... Alter Schwede! Ich weiß gerade nicht, was ich hier angestellt habe Oh, wir haben Panzer zerstört, so geil Alter, ich weiß nicht, was ich mit dem Ding machen soll Ich saug die mal alle auf hier Gibt immer... Ja, komm, rennt doch nicht mal weg, Junge Das ist mir So, jetzt mal ein bisschen Action hier Wait, zack, da noch Oh Mann, es nimmt ja gar kein Ende hier Warte mal, wie kann ich denn Achso, den kann ich damit abschießen, okay Ah, scheiße, scheiße Alter, das ist ja fälliges Chaos hier gerade Da neben Ist gestört Ach, da kommen ja immer mehr Ich bin ganz ehrlich Es nervt mich gerade hier Na Hey, 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 hey Hier geht es ja ab Was ist hier passiert? Nein Ich weiß nicht, ob das gerade, was ich da gerade gemacht habe, aber es hat Spaß gemacht Gut Ich denke mal, das ist wie bei Infamous, dass wir da diese weißen Dinge ausschalten müssen, aber Wir machen erst mal eine Pause, weil 20 Minuten sind schon wieder um Und dann schauen wir mal weiter, was wir noch machen sollen Oder was wir noch machen müssen, bis wir zurechtkommen Das ist auch so Open World-mäßig, stelle ich mal gerade fest Ja, das ist so Open World Wahrscheinlich müssen wir dann so die Einzelnen, oh Gott Es sind auch mehr Oder ist Manhattan Okay Also, wenn es euch gefallen hat, schreibt es mir mal in die Kommentare Und ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder, wenn es heißt Let's Play Prototype 2 mit mir und dem Sascha Bis dann, ciao So So